Ich grüße euch, willkommen bei meinem Kanal. Ich bin der Retro Gaming Panda und ihr werdet euch sicherlich jetzt fragen, was erwartet mich hier? Ganz einfach, ich beschäftige mich mit Spielen aus den späten 80ern und frühen 90ern und mache dazu kurze und knackige Tests. Sie erscheinen jeden Montag und jeden Donnerstag und behandeln meistens Super Nintendo, Game Boy Spiele und natürlich auch andere Systeme wie zum Beispiel Game Gear oder DOS PCs. Darüber hinaus gibt es unregelmäßig dennoch Videos rund um das Sammeln von alten Videospielen wie zum Beispiel Pickups und so weiter. Falls ihr euch zurechtfinden wollt, habt ihr euch weiter unten Playlists zusammengestellt. Also viel Spaß beim Schauen und wir sehen oder hören uns. Macht's gut!